Als ich Black gefunden habe, das war ungefähr, ich nehme an, vielleicht eine Woche alt. Er lag mit seiner Schwester auf der Boden. Und er war der Einzige, der noch im Leben war. Ich wollte einfach ihm ein Leben schenken. Habe ich mitgenommen. Ja, haben wir gefüttert. Da war ein bisschen mit Gewalt. Auf einmal hat er seine Augen aufgemacht. Er wollte leben, ja. Sie leben halt schön, ja. Und ich wollte eigentlich ihm so beibringen, dass er fliegen kann und wieder in die Wildnis gehen. Aber es ist doch nicht weggegangen und mit mir geblieben. Jetzt ist irgendwie ein Teil von mir geworden. Das ist auch nicht weggegangen. Das ist doch nicht weggegangen. Das ist doch nicht weg. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Wir hat es für einen Teil von der Welt. Ich bin ja. Vielen Dank.